Ich bin aber noch baff von der anderen Runde, was da eben passierte. Und hinter mir knallt alles, das ist... Oh, wir testen. Winston hat keine rechte Maustastattacke. Wenn jeder Scheissschuss trifft, das ist... Haben wir das jetzt weggedrückt gehabt? Was ist da los? Guck ich böse! Einen Kill! Oh, ich hab Gold! Einen Kill! Wir kennen mich ja nicht da, nicht hier. Okay. Mercy, Anna. Ach so, ihr könnt sowas machen, ne? Wieso hab ich eigentlich wieder nicht den Metro genommen? Ich hab gleich keine Lust mehr. Ja, bis ich da bin, hab ich meine Ulti. Ich war in der Kuppel. Ich hab ein komisches Team. Zwei. Weitere Versuche hervorgerichtet. Die Waffen kann ich schon mal bereit. Spiel wie du irgendwie. Um介 genutzt auf einmal. Ganz viel. Du kannst nicht mit ihm sagen. Nie sagen. Ich bin jetzt nicht mit ihm hierherzuhalten! Sir, ich bin jetzt mit ihm einiges angekommen. Aber jetzt kommt das Kind, ich bin jetzt mit ihm. Das ist ein, das ist ein. Ich bin jetzt mit ihm mit ihm. Das ist ein, das ist ein, das ist ein, das ist es nicht mit ihm. Noch einmal stört! Noch einmal stört! Gemeinsam sind wir stark! Ist nicht avere, Roland, oder? Dann habe ich auch an ihrer Treppe gemütet Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auf Wiedersehen. Reinhardt war das schon. Wir brauchen Reinhardt. Herzlich Willkommen zu Lootwatch Special Edition Sterben auf neuen Niveau. Ich hab ein tolles Team. Wieso muss ich ihn nachladen? Ich weiß nicht wo er ist. Er wurde, weißt du, durch die Heilung gegangen ist. Ne, er wurde angeschossen von Anna. Ey, halt die Fresse da oben. Tschüss. Kein Bock mehr. Es schafft auch keiner, oder was? Es schafft auch keiner, oder was? Ich bin bei der ultimative Fähigkeit bereit. Ich bin bei der ultimative Fähigkeit bereit. Ja genau. Beide verkackt die Ulti. Ich bin nix etwas. kindος. Ich habe ihn hier. 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 klar ich treffe überhaupt nicht ist klar warum findest du die Ulti nicht? witzig wann denn? lol lol was habe ich für ein team man? die sterben alle während ich meine Ulti darum, darum habe ich die Ulti nicht gezündet weil ich so ein tolles Team habe, was richtig gut zusammenarbeitet wirklich? hat die irgendwas gegen mich? wieso zu... das ist schon mal ich bin auf jeden Fall ich bin hier es war so war Ich wollte... Soll ich ... Das war jetzt mein Mädchen, ne? Wir sehen uns in der nächsten Folge.